Der Handy ist so in der Maschine, alle Damen, geht's auf Instagram auf dem Handy zur Seite, vielleicht hat er da ein paar Fotos auf der Maschine. Das war mein coolstes Erlebnis mit dir. Das kann ich gar nicht aufschreiben, Entschuldigung für den Ausdruck. Schulwem, du glaub ich bist der gut gefühlt. Ich glaub, für mich hat er keine Zeit zählt, weil es schlecht war. Die dritten drei Seiten umzählt, fünf Athleten waren mir und ich glaub, ich war nie dabei. Für mich hat er eine zählt. Damit hast du mich überrascht. Ich hab Doppelweltmeister geschrieben, weil ins zweiten Sieg hab ich da nicht wirklich zu drauf. Und ich hab geschrieben, deiner Ruhe, vor allem bei seiner Gelassenheit. Wenn ich den richtigen Tag hab, ich hab ein kompletter Heusläufer. Das wollte ich dir immer schon einmal sagen. Gelegt. Du hast mir sich schon alles genannt. Nein, ja. Schreibst du einen Roman? Nein. Das war nicht ein Zwei-Wörter. Ich hab geschrieben, gut, dass wir im gleichen Team sind, weil der Himmian ist der, der im Training einfach angedrückt. Kann ich nur zurückgeben. Ich hab aufgeschrieben, extrem hilfsbereit. Das steht ja gar nicht. Im Sinne von, du hilfst mir immer weiter, wenn ich irgendwas brauch. Und das ist für mich extrem wichtig. Ich hab's schon öfter im Fernsehen erwähnt, aber zu dir noch nicht gesagt. Dankeschön. Ja, was du immer brauchst, Teamkollegen, die was ihm weiterhelfen. Es gibt auch mal die, die du nicht hilfst. Bin ich jetzt, oder? So würde ich dich zeichnen, das passt. Ui, das ist wieder. Ups, das ist wieder jetzt. Ich bin ja ein Zeichengott. Ich bin so schlecht im Zeichnen. Ich hab dich mit einer Kugel zeichnet. Ich hab den Hemmi gezeichnet, eigentlich ist es nur ein Arm und vor allem sein Bizeps. Der Hemmi ist so in der Maschine. Du bist die größte Maschine, was wir haben. Und Hemmi sein Bizeps. Wahnsinn. Wirklich. Ich hab bitte alle Damen, geht's auf Instagram auf dem Hemmi sein Seiten. Vielleicht hat er da ein paar Fotos auf dem Maschine. Ja, hol ich so Depple. Wollt er nur helfen. Helfen? Bei was denn? Entschuldigung, nicht. Partnervermittlung, oder was? Nein, das ist vergeben, Entschuldigung. Nicht bei dem Helfen. Neue zweibliche Fans wird dir da geschaffen. Aber du hast da Bizeps und das muss man erwähnen.